Gehen wir mal zu den SPCs, Freunde. Da gibt es einiges zu bequatschen. Im Live-Tab. Also, gehen wir mal durch. Wir haben folgendes am Start. Lionel Messi, POTM und man muss ganz ehrlich sagen, EA scheint auf jeden Fall heute richtig ordentlich im Gönner-Modus zu sein. Wieso sage ich das? Ihr seht es einmal, logischerweise, ein Monat natürlich Zeit für Messi. Wie erwartet, genauso high-rated wie seine Live-Karte sozusagen, die 92er Champions League-Karte von ihm. Und er hat die ZOM-Position hier am Start. In Anführungsstrichen das einzige Minus, was wir sagen können. Er hat keine alternativen Positionen. Er hat nur die ZOM-Position, aber er hat 4 Sterne, 4 Sterne. Und ihr seht diese Stats, ihr seht diese Dumblings-Stats. Sehr, sehr geil. Er bringt angestündener Schuss mit und den Ausrissschuss. Also auch das wichtig für EA, für FIFA allgemein. Und ihr seht es ganz unten. Ja, ich war auch erstaunt, nur 6 Segmente. Nur 6 Segmente für ein POTM-Messi. Das heißt, wir fangen an mit dem 84er. Natürlich ein Team of the Week mit dabei. 85er, ebenfalls ein Team of the Week. Dann haben wir hier ein 86er ohne Team of the Week. Wieder ein Team of the Week im 87er und dann geht es weiter mit dem 87er Normal. Und ein 88er auch wieder ohne Special-Karten. Und dann natürlich jeweils hier ein Mega-Pack und so. Also kleine feine Packs bekommen wir natürlich zurück. Aber ganz ehrlich, Freunde, da habe ich mit Schlimmeren gerechnet. Nachdem wir gesehen haben, was in den letzten Wochen an EA-Fails und so weiter sofort mit SBCs los war. Ganz ehrlich, kann man da sich beschweren. Wir werden uns auf jeden Fall gleich mal anschauen. Statmäßig, ob es da Unterschiede gibt zu der Live-Karte. Ich finde es auf jeden Fall sehr sympathisch. 6 Segmente. Wir haben einen Monat Zeit. Also im Endeffekt, den kann man auf jeden Fall. Ich meine, da wird natürlich noch einige Special-Karten bekommen. Das Ganze, den ganzen FIFA-Teil. Aber nichtsdestotrotz, man kann auf jeden Fall hingehen und die SBC realistisch abschließen. Und das sehe ich hier schon mal definitiv als Win.